hallo und herzlich willkommen zurück zu 20 grad 7 days to die aus irgendeinem grund zu den forest ja gut dann viel spaß beim klettern oder da drüben ist ein seil auf der anderen seite das hängt auch unter bei dem anderen baustrahler hier ist auch 1 jawohl wir entfernen uns immer weiter von unserem eigenen was war eigentlich unser plan bevor nein unser eigentlicher plan ich kann dich gerade nicht hören warte jetzt geht mein ding wieder auf jeden fall sind wir jede menge fisch ist drin jetzt kann man essen ich zieh mal kurz die dinge ins aus an jawohl hier können wir glaube ich auch sogar diven hier oder aber lasst uns mal hier erstmal noch gucken oder auf der anderen seite kommen wir auch wieder hoch was auf der anderen seite ist auch mein gott und dann doch die kletterwand nach oben alter wir haben ja mein gott guck mal da drüben auf der seite wo ich hingockt dieser ist da oben ja sagt ich könnte nach oben ich könnte wieder nach unten ich ziehe jetzt mein anzug aus ja mach mal oben mach mal unten das dauert das ja das dauert ein bisschen lang hoch zu klettern meiner schnauze nicht schon jetzt ist natürlich die frage gell jetzt sind war da wirklich was weil ich hab jetzt nichts gesehen nämlich ich hab jetzt nichts gesehen nämlich warte mal ich schwirr mal kurz zu dem anderen dude hey dude da oben hier waren nämlich die fischis kannst du da tauchen ich kann wie lange gehen ach so aber nicht weit okay der andere dude den wirst du jetzt gleich finden wahrscheinlich der ist da irgendwo im wasser der ist gerade runter gefallen ins wasser na gut dann klettern wir da einfach mal nach oben ja ich weiß wo es hier weiter geht hier auf der seite da müssen wir jetzt da hoch und können wir auf die andere seite weiter oder jetzt checken weil so langsam ist es ist es hier gerade sehr laut ja ich auch ja der legt noch eine kassette ich glaube ein artefakt der ganze da oben hängt was ok hier kann man klettern eine neue videokassette aber das kommt mir jetzt nicht hier an ich kletter da erstmal nach oben also ich komme da nicht hoch ich kletter wieder nach unten guck mal unten das video an ok wir haben auf was euch warten es ist hier ich höre ich gerade nicht weil es so laut ist ich könnte jetzt erstmal hier das seil wieder runter so jetzt verstehe ich dich auch also was willst du du sollst trainieren kommen einfach auf der anderen seite wieder reden du sollst trainieren kommen einfach auf der anderen seite wieder reden soo bop 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 kommt wieder nach oben dann springen die aber gerade Babys an von der anderen seite ich gehe jetzt schon wieder so laut warte mal kurz so ich guck mir mal ganz kurz das video an du hast es gerade getan dann schauen wir mal das ist ein kind ok das ist seltsam komm soo ja du musst das video noch angucken und schnell den snack essen nix können die ich frage mich ja wie vielen wir jetzt nach dieser höhle gestrichen haben von der liste her wir haben da drüben noch die kletterwand und wir haben oben noch einen anderen weg gehabt gell ja und ich muss noch eine katana holen du musst ja noch eine katana holen also wir werden jetzt wahrscheinlich noch zwei drei folgen hier drin bleiben außer wir finden jetzt lustigerweise irgendwie den weg zurück zurück hier geht es nach draußen glaube ich ja aber hier ist so eine oh geil warte was warte was also hier ist auf jeden Fall erstmal noch ein Bild da nehm x und so einen Baum bei dem den Baum kennen wir hier nix weißt du wo wir sind ich weiß wo wir sind ne da fügt kein Weg runter aus ner Höhle deine Worte und von hier ist es ich kenn den Weg nicht aber es sieht halt nicht so aus von oben ich hab da gesagt hey da unten ist da was wir standen direkt über uns außerdem außerdem hab ich dir gesagt ne wir standen auf der Seite direkt unter dem Hubschrauber ich hab da gesagt dass da was ist ja ja wir stehen da oben komm mit und da oben sieht man nix komm mit da gehts weiter fuck hier komm mit hier Alter ich möchte noch in die ich möchte noch in die du bist hier rausgegangen ja ja sorry ich möchte jetzt nicht rein ne doch leckt zum Glück gar nicht wenn man es in der Höhle betrifft ne Babys au au Mistviech wo ist das andere oh da gehts nach oben weiter MOTORSÄGE 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 ich möchte wo wir reingegangen sind wir können hier speichern wir können hier speichern oh mein Gott boah wo ist die MOTORSÄGE da ist MOTORSÄGE 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 oder was ist das hier Generator schwebt hier im Wasser also ich bin rein komm rein also Inventar Regreather ich sage ich sage mal so hier gehts wieder nach oben und wenn wir hier wirklich nach unten kommen ja dann wissen wir wenig warte mal ich muss mein Ding jetzt ausziehen dann wissen wir wenigstens hier ist ein Feuerchen das ist gut dass hier schon eins ist dann wissen wir wenigstens ja den Weg nach unten mhm so ich möchte trotzdem in meine tote Höhle nochmal rein ja naja müssen wir ja dann sowieso wenn man dann hier wieder rausklettert ich möchte meine Katana ja und die Ketten ist erstmal ein netter Ersatz hier gehts weiter nach oben ja ein netter Ersatz alles ist es nein mein Katana ist mein Liebes Katana ja ich würde es ja ja droppen wenn es gehen würde du kannst es an den Button herstellen das stimmt da kannst du es dann haben warte damit haben wir doch schon die Axt geklont ja und es auch so funktioniert sag mal hier gehts nach draußen ja ich möchte das gerne markieren auf der Karte draußen ja weil hier kommen wir dann extrem schnell da wieder rein ja jetzt wissen wir wir müssen aber den ganzen verfickten Weg wieder zurück weil ich weiß nicht wo der Eingang zur Deadman's Cave ist ich auch nicht ich auch nicht also wir müssen hier dann wieder komplett zurückklettern boah außer wir klonen einfach das Katana was das Katana klonen das kenn ich doch da wollten wir nicht rein hast du gesagt ja da hatten wir Angst vor ja da drüben ist das Zeltlager wollen wir schnell nach Hause rennen ja rennen wir mal kurz nach Hause das ist ja voll geil wie sind wir jetzt da raus gekommen ich weiß es ehrlich gesagt nicht Alter hier ist das Dorf ja hier ist der andere Eingang dieser einen Höhle aber nicht zu dir also hier ist der andere Eingang zu der Eingang ja ich kenn mich hier nicht mehr aus hier kann man hier was sprengen ne ein Tennisball sieht mir anders aus ok Leute äh ja ich glaub die Folge ist ähm geht noch ein bisschen die Folge ist doch gut die ist gut aber das ist ich sag nicht dass die vorbei ist sondern dass die gut ist Alter lass mich hier raus aber jetzt sind wir doch nicht beim Aloe der Eingang war doch bei bei dem war das die waren doch wir waren bei den wir waren bei den Aloe Felder wir sind einmal wir sind auf deine Dauerhöhle reingegangen wir sind auf deine Dauerhöhle gegangen auf deine eineinhalb Stundenhöhle ja und dann und dann nein nein dann sind wir da raus am anderen Ende bei so einem See sind wir da raus dann sind wir von dem See aus Richtung Blau gelaufen ja ja also also ich weiß wir sind duck dich oh nein ab gehts ok das funktioniert nicht so ganz ich bin fast tot was war ach j op du kannst auch zum Wasser laufen Ich will den Baum fällen, ganz viele Regale und ich will mal ganz kurz testen wie schnell es geht mit einem fucking Baum also unsere Ausbeute, ein halber Roboter, eine Taucherausrüstung, eine Axt, eine rostige Axt, eine Katana bei mir, eine Motorsäge, Kompass, Karte, Topf, jede Menge Bilder, die was wir jetzt unten im Inventar übrigens drin haben, von 8 Fotos. Und 148 Klopfen bei mir. 152, das war jetzt eine Ausbeute, die kann sich sehen lassen, gewachsen ist währenddessen hier aber nichts. Und wir haben immer noch nicht unsere Höhle erforscht, die was wir hier haben, ja? Richtig. So, wir probieren jetzt mal einen Baum zu fällen mit der Motorsäge. Alter. Okay. Okay. Äh, kommst du mit dem Wagen? Also in der Zeit habe ich gerade fünf Bäume gefällt. Was? Und schon wieder einer. Ich versteh dich nur nicht, es ist fucking laut. Ich muss noch ganz kurz ins... Oh, oh, mich an den Baum erschlagen. So, ich hab mal... Schau mal! Komm mal her! Ja? Ich bin da. Der Baum ist neu. Ja? Neu. Wer den... Baum fällt! Wir brauchen mehr als... mehr als... 5 solche Wägen. Oh, ist das geil! Oh, aber es ist fucking laut. Sie hat mir ein bisschen Knochenrüstung gemacht. Meine Rüstung ist fast voll. Jo. Äh, ja, ich glaube, ich baue hier nochmal so einen Wagen. Oh Mann. Ähm. Alter, ist die Kenntnis egal! Mhm. Ey, manchmal, manchmal, äh, liebe ich meine Leute einfach. So. Äh, Unterhaltung ist, wer möchte im Endeffekt am Wochenende feiern, ja? Ja. So. Ähm. Die Antwort, eine Frage, wer ist Typ, äh, Typ der Sport macht, also das Smiley-Typ der Sport macht, ne Banane und, äh, ein Judoanzug mit schwarzem Gürtel. Was? Und... Ja. Also im Endeffekt, wer, wer möchte am Wochenende trainieren? Achso, ja. Und die Antwort ist, wer läuft, weil gut bestückt und schwarzgurt? Fragezeichen. Also... Ich do not understand. Die Smilies sind so falsch übersetzt worden. Ach so. Und die Hand ist gut bestückt. Er ist gut bestückt und schwarzgurt. Alter. Der ganze Wald liegt voller Stämme. Ja, sorry. War's nicht. Das ist... Es ist... Ich sag ja auch nix. Es ist ja voll geil. Also, wir müssen jetzt ganz viele Regale aufbauen. Ich fang mal an, Regale zu bauen. Ja, ja. Wollen wir nicht endlich mal unser Haus fertig bauen? Ja, aber Regale sind grad wichtiger. Wir können pennen, ja? Wir können schon pennen, aber wir können auch nichts lagern. Oder? Äh... Das stimmt. So... Aber... Ein Positives hat ja das Ganze, was wir jetzt gemacht haben, ja? Mhm. Wir haben zwar wahrscheinlich unseren Sohn nicht gefunden, aber wir können dafür sorgen, dass uns die Indianer auf ewig hassen. Mit dem wir ihre Bilder abbroden. Das ist so. Und das ist schön. Dann haben sie wenigstens mal einen Grund zu uns zu kommen. Jo. Ansonsten kommen sie immer einfach so zu uns. Das verstehe ich nicht. Wir haben denen gar nichts getan. Wir hätten die uns nicht angegriffen, hätten wir sie nicht getötet. Richtig. So... 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 Ich glaube ich habe sogar noch einen Schildkrückenpanzer im Inventar. Hab ich auch. Doch. Das weiß ich sogar ganz sicher, dass ich noch einen habe. Und hops, hops. So. Mein Gott, beeil dich mal hier. Ach, Deckel hier. Ja, schau mal. Vor der Tür. Alter, so schnell kann ich nicht. Oh, viel Spaß. Was? Was zum F***? Ich will mal reintragen. Ich glaube, wir brauchen hier drinnen wirklich einen Wagen. Ja. Soll ich mal drinnen einen Wagen bauen? Oh. Was kommt ihr da jetzt da hin? So, aber die Folge ist wieder vorbei. Wart mal ganz kurz. Lass mich ganz kurz was testen. Ja. Ja. Bevor wir uns hier drinnen jetzt einen Wagen bauen. Ja. Ja. Würdest du den Wagen hier durchzerren? Ja, geht. Rückwärts vielleicht? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Klar. Nee. Vergiss es. Du stehst da nicht durch. Aber die Folge ist eh wieder vorbei und wir sind wieder im perfekten Tagesrhythmus drin. Jawoll. Deswegen sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir können endlich speichern. Und wir können auch schlafen, weil wir sind sehr müde, weil wir waren ziemlich lange wach. Ja. Und was auch von Vorteil ist, ja, nächste Folge bauen wir uns eine richtig geile Rüstung. Also Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.